aber er zockt nicht er ist auch er kommt Alcorino was geht ab? Geil ist auch Na du boy? Na du Hamburger Na du Hamburger Erzähl Erzähl Hau raus Was soll ich erzählen, ich habe gerade mein OBS vor mir und richte gerade alles neu ein aber es fehlen Grafiken und Audiodateien das ist alles verloren Aber passt schon bis morgen kriegt das Ding glaube ich Ja bestimmt hat er noch Zeit Bist ja ein Fuchs Ja und so ich habe keine Ahnung was ich alles sagen darf und was nicht und so aber Was willst du sagen? Ja keine Ahnung so Bude und so Pervers Achso du hast ja Warte ich schick dir mal Bilder Digger Übel geil ich freue mich so dass du wieder da bist Digger Das freut mich Ich hab dich vermisst No homo Nee full homo Hashtag Hashtag full homo Alter ich hatte die ganze Zeit wo du weg warst ich habe mir die ganze Zeit den Bart wachsen lassen quasi Der war Ultralang War schon heftig Aber am Ende war es schon so ein bisschen penner lang Ja also er war halt auch einfach zu lang Du kannst ihn nicht mehr selber schneiden und so und direkt ist ultra anstrengend Ja das ist richtig ätzend Weil du musst halt da echt mit dem Rasierer Da geht nicht mit so einem Abstandhalter oder so weißt Das kannst du jetzt selber machen das geht einfach nicht Ja Ja also ist das Leben ne Das Leben ist hart Ohne Witz Ohne Witz ich hab meine Also ich meine was willst erzählen Digga Sag mal irgendwas Ja ich weiß halt nicht was ich auch alles sagen kann und so weißt Äh Dass ich Single bin oder was Ja auch Ja kannst du was erzählen Ja und Bude neu gefunden und so weiter alles problemfrei Bude neu gefunden Neue Enid Leitung 100 MBit Stand Äh Ja Oh Gott warte hab ich sogar ein Bild von gemacht Warte Jetzt kommst du bestimmt mit auch 100 MBit oder so im Dreck Ne Also die ist schon krass die Leitung aber jetzt nicht so der So Ultra Ähm Warte ich hab's gleich Da Ich hab ein 97,04 MBit pro Sekunde Download und ein 6,03 MBit pro Sekunde Download Nice läuft schon Ist cool Also läuft 6 MBit oder was los Ja reicht Vorher hatte ich zweieinhalb oder was Ja ich auch Ich hatte ja jetzt heute mal zweieinhalb Jetzt hab ich 10 Das ist einfach Anderes Leben Oh mein Gott 10 ist natürlich 200 down 10 up Anderes Leben einfach Ich lag endlich nicht mehr in CSGO Das ist unfassbar Krass Jetzt werde ich auf jeden Fall Bro Habe ich mir so überlegt Gute Nacht Yanni Janni Janni auch rein ich wünsch dir was Ja definitiv Profi sowieso Was sonst Ja eh Ja eh Also ich versuch natürlich meine Ziele nicht zu hoch zu stecken Aber Profi ist schon drin denke ich Ohne Ha 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 Ja Dicka wie gesagt also Facetet hätte ich auch nicht so bock so… also du kennst das auch gerne anleihen… Ach so'n blöden hat er ja noch nie gehört… Okay, machen wir Matchmaking. Ich hoffe es läuft. Gestern ging es nicht. Ja, also bei mir läuft alles. Ja, ja, bei mir gestern nicht. Ich habe mein Internet ja auch erst gekriegt. Und gestern ging es nicht. Ich kann ja noch nicht. Also Match ist nicht gestartet. Ich habe Ports freigeschaltet und dann hat es 7 rumgezickt. Also war gestern ein bisschen blöd. Aber wir probieren es. Let's try it.